Hast du kurz Zeit? Was willst du denn hier? Tu mir einen Gefallen. Ich wäre gerne ein bisschen mit dir und den Kindern zusammen. Du bist verrückt. Warte eine Sekunde, verdammt. Lauf mir nicht hinterher. Aber ich will meine Familie wieder haben. Das kannst du aber nicht. Tut mir leid, dafür ist es zu spät. Was? Es gab drei außergewöhnliche Kinder in der Familie der Tenenbaums. Margot Tenenbaum schrieb Theaterstücke und gewann in der 9. Klasse den Pulitzerpreis. Na Dad, hat es dir gefallen? Ich fand es ein bisschen unglaubwürdig. Richie Tenenbaum war Tennis-Profi und mit 17 auf dem 2. Platz der Weltrangliste. Jazz Tenenbaum war Finanzexperte und fing als Teenager an, mit Immobilien zu handeln. Ich sagte verkaufen, ja. Sie waren brillant, sie waren berühmt und hatten das Pech, die Kinder eines Mannes namens Royal Tenenbaum zu sein. Er hat mir sogar Aktien aus meinem Tresor gestohlen, als ich 14 war. Und jetzt, zum ersten Mal nach 22 Jahren, leben sie alle wieder unter einem Dach. Ich hörte, dass du stirbst. Wie lange machst du es noch? Ein Monat, ein Jahr? Ich habe sechs Wochen, um alles an euch wieder gut zu machen. Ich will, dass diese Familie mich liebt. Und zwar zu Recht. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin dein Großvater. Er heißt Royal Tenenbaum. Du hast uns gesagt, er wäre tot. Gib Gas! Wie fühlst du dich? Eigentlich sowohl. Das Gekläffe, das Gezanke. Halt dich von meinen Kindern fern. Hast du verstanden? Gott, hier drin war ich seit Jahren nicht mehr. Hey! Hörst du mir überhaupt zu? Ja, das tue ich! Das Ganze drunter und drüber. Wollen Sie mir meine Frau aussparen? Was meinen Sie bitte? Raus aus meinem Haus! Das ist nicht... Und wie? Ich genieße jede Sekunde mit der Pande. Was ist so komisch? Nur dauernd diese skurrilen Ausdrücke von dir. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich betrachte das als Kompliment. Wirklich interessant. Wie bizarr. Gene Hackman, Angelica Houston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover und Bill Murray. Die Royal Tenenbaums. Vor 30 Jahren hat man mich auf dem Bazaar in Kalkutta mit einem Messer verletzt. Er hat mich ins Krankenhaus geschleppt. Wer hat dich verletzt? Er hier. Auf Video und DVD.